Lars, Josef und ich haben vor, gemeinsam zu verreisen. Nach Spanien? Hast du jemals mit einer Frau geschlafen, Josef? Die Weinstraße. Weinstraße. Ich will wissen, wie sich ein Frauenkörper anfühlt. Kompliziert. Ich will Sex. Ich will Pop-Hand. Soll ich meine Eltern bitten, mich in ein Bordell in Spanien zu fahren? Mama und Papa sind mit unserem Kleintritt nicht einverstanden. Aber wir fahren. Ich komme mit. Das ist Glut. Ja, ja, das ist Glut. Er ist eine Frau. Sollen wir mit einer Frau in den Puff fahren? Er ist weg. Ab geht die Fahrt. Sie fahren nach Oslo. Oh, verflucht. Sitzen Sie auf Ihren Ohren? Nichts verstehen. Finger weg. Papiert. Willst du eins aufs Maul? Hörst mich nicht an. Oder du vielleicht? Auf die Reise. Auf die Reise. Sie fragt, ob wir uns ein Zimmer teilen wollen. Mit ihr? Na klar. Ja! Ba-da-dum. Ba-da-dum. Vorsicht, der Kuss. Oh, der Kuss. Mein Hals kann doch steif werden. Ja, es gibt immer Cielo und sich ja auch Männer. Erst mit seinem knackigen Antonio Banderas. Du und Lars, ihr kommt immer an erster Stelle bei mir. Philipp, halt die Fresse. Ich habe keine Zeit. Scheiße, wie könntest du mir das antun? Versprochen. Die nächste Runde geht aufs Haus. Sex für alle.